Ich wollte das Schild auch so einschätzen, dass du mich schützt und nicht weglaufen. Digga, du musst stehen bleiben, wenn du das Schild benutzt. Jo Leute, willkommen zurück bei Planet Z2 mit Markus und Sven und mir als Max. Und ja, lang, lang ist es her. Let's go! Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst müssen wir die Backs... äh, was ist los? Da ist ein Lightning, den kannst du gleich mal schrotten, bevor er uns wartet, wenn du einfach an ihm vorbeiläufst. Achso. Leidling? Wo ist ja Leidling? Leidling? Leidling! Direkt vor dir! Schön drüber geschossen! Ich bin ernst, oder? Doch, aber wie alt drüber geballert. Der Panzer brechen, ich würde weggehen an deiner Stelle, sonst bist du tot. Ja, okay, ich bin tot. Ah, Mann, Mann! Ah, ich hab'n fast kaputt! Oh, Markus ist da jetzt super, ist halt Inchi und äh, Sonny. Alter, wir haben halt Ahnung, Digga. Das nenne ich mal Teamplay und... Oh, ich bin tot! Helfer, ja. Das ist ein Lappen! Ne, ist ein Lappen! Selfer! Selfer! Das ist ein Lappen, lass mich hier alleine! Nicht sterben! So, ich lebe! Was sollen wir machen, Alter? Oh, bist denn da? Hier, schnell raus hier! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, hinter euch! Das ist gut, weil wir wieder die falsche Tür raus! Echt? Wir müssen da links, natürlich, wir müssen hinter dir! Wir müssen da lang und nicht da anfangen! Ja, repariert mal, Alter! Ja, wenn du von mir wegläumst, kann ich nicht reparieren, mein Freund! Ja, weg die Sau hier! Aber wir haben die Einheit verloren, also Einrichtung verloren! Wir haben die Einrichtung verloren! Wir haben echt vergeist! Hinter uns! Vor uns! Bin tot! Ich auch! Cooler Max! Ja, was soll ich machen? Ich bin Panzerbrecher Max! Ja, und du brauchst einen Schuss, hast du recht zum Gegner zu finden! Ja, das war eine Scheißschlag, wir machen das noch einmal! Nein, 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 nein! Bei dir will ja keiner Inschied sein! Alter, Alatum! Da sag ich, die Gegner kommen von hinten und du sagst nein von vorne und läuft einfach weg und lässt einen den Tode! Ja, das ist halt... Alatum, äh, Bounty? Ja, da kommt der jetzt ja unterwegs an! Ich will ja schon wieder eine Verteidigungsschlacht mit seiner Max! Aber diesmal keine Panzer Max, weil das ist eine reine Infanterie! Nee, schrotze Max! Jetzt kommt eine schrotze Max zum Einsatz! Mit Schild, glaube ich zumindest! Glaubt er! Ja, hat kein Schild! Jetzt hat sich ein Schild! Ey, ich hab auch ein Schild vor der Tür! Ja, mein Privatschild vor der Tür! What the heck! Und tot! Ja, Markus kommt ja hoffentlich auch hierher! Ja, ich hab noch gelebt! Na, so, so, weil ich renne jetzt mit dem März! Ja, warum rennst du denn alleine ohne irgendwelche Begleitung nach vorne? Ja, komm mal, ihr seid hinter mir! Du hast gesagt, ich bin tot, er war nicht da! Gut, wir können die Schlacht wechseln! Das ist Red Oktober! Ja und, wir sind dreimal so viele wie die! Ja und, das ist Red Oktober! Kannst du zehnmal so viel sein! Wir sind dreimal so viele wie die! Klickst du auf die Schnauze? Das ist ein Level 100 am Max! Ich hab da nicht mal Damage gemacht! Kommt hier rum! Links rum! Da ist weniger los! Es steht nur ne 100 am Max! Auch nur ne 100! Okay! Gute machen das! Gute macht das! Gute macht das! Gute macht das! Gute macht die fertig! Nicht! Böhöö! Aber wasch! GANATE! Los! B behöver das wieder so guten lifelark! Gute machen das Cyber! Gute macht das! dass du mich schützt und ich weglaufe, Deka, du musst stehenbleiben, wenn du die Schild benutzt. Ich wollte den Teleporter. Ja, aber dann musst du Schild trotzdem auf die Max gerichtet lassen und nicht auf den Teleporter, weil das Foto geht wieder nicht. Ja, ich bin auch wieder da. Dann werden wir schon wieder verloren. Weil du so unfähig bist. Das kann ich doch gar nicht dafür. Ich bin nicht unfähig, ich bin nur ein bisschen dappig. Benutzt das ein Schild und fiel damit auf den Teleporter. Weil ich weg wollte. Ja, und du bist jetzt trotzdem die Max an und sprich dir dein Schild nichts, außer dass du langsam wirst. Wenn alle tot. Ja, Markus lebt noch. Das reicht. Nein, das ist in der Oktober. Ja, der Oktober halt. So, hörst du mal, also die nächste Verteidigungsschlacht wäre Woken Arch oder das Biolab. Wir könnten das Biolab verteidigen, wenn sie es angreifen. Aber ich werde wiederbelebt. Ich bin nicht. Bin wieder tot. Oh, what the fuck. Sind sie im Biolab? Ja, du kannst gerne ins Biolab gehen gegen Red Oktober, das ist eine gute Idee. Let's go. Ja, aber die sind ja gar nicht da. Das ist eine einfache Schlacht dann. Äh, die haben gerade die Base nebendran erobert. Gib ich noch 20 Sekunden, dann sind sie da. Ja, sie, oh, einer kreift, halbzottkratzee an. Ja, das ist ein Zitter. Oh, das ist ein Zitter. Oh, ja, ist sogar Red Oktober. Oh, man. Ja, man. Ja, man, wirklich, werdoktober pusht mir nach Bad Base, wo Biolab daneben ist und lässt es Biolab dann unangetastet oder was? Ja, ich bin nicht so lang. Ohriff da ist, machen die Nix die Lappen. Können nämlich nix. Wenn wir hier andere Max's hätten, ja. Wo seid ihr schon? Jetzt soll ich noch rausrennen, die sind hinter uns bei B. Warum sind die bei B? Guck doch einfach mal offen. Wir sind bei A, D und B. Die sind überall. Alle. Nein, bei zehn nicht. Naja, weil ich sehe, war ich. Oh, ne, oh, what the fuck. Jo, er gibt ja vier Schüsse, ich bin tot. Oh, Max, das nice. Ne, es war ein anderer, der hat letztendlich die Max in der Sitzschuss gemacht. Das andere wechselte ich hier, die NSFP, Alter. Ich hab dich hier wiedergelebt. Ich bin hier tot. Oh, du bist wieder tot. Oh, Max, ich bin hier wieder tot. Oh, Max, ich bin hier so ein Titel. Alter, ich glaube, wir verlieren die B, das Biolabinstance. Warum wechselt man die Waffe an Dauern von selber? Das fackt mich gerade ab. Boah, Alter, kriegt der mich auch noch. Und ich kann nicht schießen, weil wenn ich anfange zu schießen, wechselt meiner einfach auf Pistole, Heilwaffe, Dings. Pistole, Heilwaffe, C4. Pistole, Heilwaffe, C4. Pistole, Heilwaffe, C4. Pistole, Heilwaffe, C4. Sind die stark. Sind schon ein bisschen heavy. Ist ja auch weiter Tore, du Lappen. Können die was? Naja. Ne, die tun nur so. Und töten uns alle. Innerhalb von einer Sekunde. Du hast null Schnitte gegen die Affen. Hä? Alter, ich werde durch die Wand abge... Was? Ich werde durch die Wand abgeballert. Ja, habe ich eben auch schon gehabt. Mit der Power... Ja, genau. Ja, mit der Power-Dack können die ums Eck schießen. Ja, durch die Wand. Ja, durch die Wand geht er auch. Ja, ja. Und wenn es geht. Ja, ich war... Alter, kannst du durch die Wand schießen. Alter, wie schnell wir das Ding verlieren. Oh, die verlieren Allatum wieder. Das Ding, glaube ich, wascht. Die U-Bahn ist innerhalb von einer Sekunde wieder. Ja, ich glaube. Ich habe mich gewundert, dass die nicht auf den Generator gehen. Hey, wieder durch die Wand, Alter. Das ist, glaube ich, die brauchen den Generator nicht kaputt zu machen. Scheiße. Fuckin' Daybreak. Ich glaube, die Farm in uns einfach hier halt. Oh, ich habe einen Kill von... Nein, der war nicht Herr Doktor. Ach, ich habe einen getötet. Ich weiß wohl nicht wen, aber er ist tot. Seid ihr in der Nähe? Links, genau hier. Da lege ich. Der Blick ist übrigens rechts, aber ansonsten ja auch hier. Ja, gut, es kommt auf die Anzeige. Von mir war es links auf dem... Ja, schon wieder tot. Ah, jetzt bist du instant von den Scheiß-Maxes. Ja, der... Die schießen durch die Wand, die Wichse. Du verkackst es halt einfach instant hart, dauerhaft. Wow, Alter, wir haben den Push von Red October gestoppt. Nein. Hutur. Was? Hutur. Verkackt. Warum? Alter, ich gehe schneller mit dem Schild rein. Wer ist Michael... Mike Stark? Alter. Alter, ich habe zwei gestoppt von den Wichsen. Also, hallo, Mick Stark, du bist bei uns im Tropf, obwohl du nichts zu suchen hast. Ops. Ja, ich habe ihn eingeladen. Warum? Warum ladest du random... Wann... Ich mag randoms. Randoms sind cool. Ja, hast du keine Freunde? Bist du randoms einladen? Nee, aber die randoms sind meistens mehr wie du. Das kann gar nicht sein. Alter, der stirbt nicht, du mir dreimal die Schrotze gegeben. Oh, ich habe randoms immer weggefetzt. Oh, lala. Ja, dann habe ich nicht mehr zu dir geschaut, Alter, sonst wird es tot gewesen. Die haben die Geiser getötet. Die haben die Geiser getötet. Die haben die Geiser getötet. Ist mir egal. Oh, das ist ein Max. Ja, darum rennt ich. Oh, da ist einer mit zu dir. Und ich habe wieder einen Red Oktober getötet. Ich bin tot. Und ich habe Max nur runtergegeben. Dankeschön. Du rennst auch in die Schrotze rein, Mensch. Ja, du bist in mir reingelaufen, weil ich ihn gesehen habe. Oh ja, der hat einer Gegner gesagt. Der hat einer Gegner gesagt. Der hat einer Gegner gesagt. Das ist geil. Du hast dich für das Team geopfert. Das war ein Level 100er Red Oktober. Aber ich habe leider für dich geopfert, Alter. War alles so. Das geht doch. Nee, das ist nicht gut. Ich fand es gut. Gutes Teamplay. Nee. Wir haben jetzt Biolab verteidigt. Gegen Red Oktober. Drei Ohriff Leute. Wahrscheinlich die Wanders. Ja. Ich glaubste nämlich auch. Ah, nee. Die starten gerade den nächsten Push aus dem Spawn Room. Nein. Wir haben schon wieder vier Maxes drin und so. Echt? Ja. Wir haben verloren. Alter, die sind noch nicht mal raus. Wir sind am verloren. Ja. Exifisch. Exifisch. So viele. Wo stirbt denn der nicht? Alter, warum stirbt der nicht? Der rät auf Mainz. Boah, Alter. Der ist auf Mainz C4 gerade und nicht tot. Jetzt haben wir wieder Pirlo. heimer hahaha thinkers kam über 12 higensatt. 有ります, aber jeder muss nur auf Mall преaschw lahzen. Implem, derה